Also Noah weiß alles. Wahnsinn schneller. Muss man akzeptieren. Welche Regel gilt nicht auf dem Bolzplatz? A. Dreiecken ein Elfer. B. Abseits. C. Latte-Posten rettet. Abseits. Das ist korrekt. 1 zu 0 für die Profis. Das muss man wissen. Aber ich glaube, die beiden wollten auch drücken. Aber wir waren schneller. Hättet ihr es gewusst, Jungs? Aus wie vielen Spielern besteht eine Fußballmannschaft? A. 11, B. 12, C. 13. A. Da waren die Kitz-Steller. Ja, ich glaube, es ging nicht. A. 11, B. 12, C. 13. A. Sehr gut. 1 zu 1. Weg, Junge. Waren sie schneller. Muss man akzeptieren. Wer ist der jüngste jemals eingesetzte Bundesligaspieler des 1. FC Köln? A. Jan Thielmann, B. Jan Aurel Bissek, C. Lukas Podolski. Was waren wieder die Jungs? Jan Thielmann. War leider falsch. Es ist Bissek. Das stimmt. B. Wäre richtig gewesen. Jan Aurel Bissek. 2 zu 1 für die Profis. Was versteht man unter Zahnseide bei Fortnite? A. Reinigungsmittel für die Zähne. B. Siegertanz. C. Spezielle Kampftechnik. B. Da kam B von den Jungs. Das war schneller. 2 zu 2 Ausgleich. B war Zahnseide, ne? Nee, B war Siegertanz. Das ist so richtig. Mit welchem Körperteil atmen Fische? A. Schuppen. B. Flossen. C. Kiemen. Kiemen. D. Michel war schneller. C. Kiemen. Ja. All right, jetzt sind die Kids in Führung. 3 zu 2. Wie heißt der Erzfeind, der vier Ninja-Helden bei Lego Ninjago? A. Nordgrammaton. B. Graf Harkon. C. Erzog Tatooine. A. Kamadon. Ja, da war Noah Katamath richtig. Also Noah weiß alles, ne? Hast du Lego Ninjago zu Hause? Das ist ja wahnsinnig. Ich hab's geguckt, manchmal im Fernsehen, wo ich klein mache. Okay. Jetzt kommt eine Frage für die Lokalpatrioten. Wie hoch ist der Kölner Dom? A. 234 Meter. B. 157 Meter. C. 183 Meter. Ahm. Michel? Ich glaub, es ist T. Leider nein. Jetzt haben die Profis noch eine... Oh, 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 oh. Reflex. A. A ist auch falsch. So, dann dürft ihr jetzt noch B sagen. B. Vollkommen richtig. 4 zu 2. Hallo, 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 4 zu 3. 4 zu 3, Entschuldigung. Ich wollte den Profis einen Punkt unterschlagen. Jetzt werden wir ja schon verarscht. Wer kann bei Lego Ninjago einer alten Legende nach als einziger die Macht der Schlangen besiegen und Ninjago vor dem Untergang retten? A. Der weiße Ninja. Der grüne Ninja. C. Der rote Ninja. Michel war schneller. Der grüne Ninja. Richtig. Lloyd Garmadon. Sehr gut. Habt ihr super gemacht. Ihr habt somit dieses Spiel gegen die Profis gewonnen. Ja, unser Buzzer ging aber irgendwie auch nicht. Schau, schau. Das geht nicht. Jeder bekommt von euch jetzt einen goldenen Geistbock. Und außerdem wird er auch noch unterschrieben. Schönes Ding. Schicken wir euch zu. Schicken wir euch zu.